Was ist der Arzt für den Arzt? Also in Deutschland muss ich sagen, der Arzt geht nicht so intensiv ein auf den Patienten, wie hier bei Dendabrennen. Also ich muss sagen, ich bin ja jetzt schon einige Male hier und ich würde schon fast sagen, dass ich mich zu Hause fühle hier. ... ... ... ...